Hallo und herzlich Willkommen zum Mücken-Elefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Krieps und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge. Heute geht es um das Thema Gefühle. Ich bin durch dieses Thema aufmerksam geworden, weil ich gestern in einer Schule gearbeitet habe mit Lehrern. Eine Lehrerin sagte, sie kann nicht böse sein, das würde ihr schwerfallen. Da habe ich sie gefragt, was sie denn damit meinen würde, böse sein. Sie beschrieb das dann so ein bisschen und ich fragte sie, kann es sein, dass sie meinen, wütend? Dann überlegte sie kurz und sagte, ja richtig, wütend, das meine ich. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man den Kindern sagt, von früher noch, das ist böses Verhalten, das ist gutes Verhalten, statt die Gefühle zu benennen, um die es gerade geht. Die erste Frage, die mir da so in den Sinn kommt, ist, gibt es eigentlich gute und schlechte Gefühle? Vielleicht ist das für dich auch interessant, was verbindest du mit guten Gefühlen oder schlechten Gefühlen? Gute Gefühle, sowas vielleicht wie Freude, Glück, Dankbarkeit, Spaß, Liebe, Humor, also solche Sachen. Okay, Humor ist wahrscheinlich Spaß, ne? Aber auch sowas wie schlechte Gefühle, Wut oder Traurigkeit, Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, all diese Dinge. Und jetzt stellt sich die Frage, sind die wirklich gut oder schlecht? Oder was machen sie zu guten oder schlechten Gefühlen? Wie kommt diese Lehrerin zum Beispiel darauf, zu sagen, böse, das ist ja letztlich eine Bewertung. Und diese Bewertung ist ja nichts, was angeboren ist, sondern es ist etwas, was in unserem Kulturkreis anerzogen wurde. Gefühle sind von sich aus angeboren. Wir haben da mehrere Grundgefühle, die sich sogar über alle Kulturen gleich ausdrücken in mimischen Prozessen. Und Bewertungen dazu, die haben halt sehr viel damit zu tun, in welchem Umfeld werde ich groß? Wie reagiert mein Umfeld auf meine Gefühle? Und Gefühle dienen dazu, dir eine Rückmeldung zu geben, wie du zu bestimmten Dingen stehst. Wie deine Bewertung dazu ist. Und das sind oft Gedanken, die wir haben. Diese Gedanken lösen dann auch wieder Gefühle aus, nämlich, das ist richtig oder falsch, das ist gut oder schlecht. Gefühle an sich sind aber einfach nur Gefühle. Gute Gefühle zeigen dir auf, dass es Sachen sind, die dir gut tun, in denen du dich sicher, wohl und zufrieden fühlst. Unangenehme Gefühle zeigen dir auf, wo es nicht gut für dich ist oder wo vielleicht sogar auch Gefahr droht. Denn unser Gehirn hat ja die Aufgabe, uns möglichst lange durchs Leben zu bringen. Das heißt, unangenehme Gefühle, da neigen wir zu, diese zu vermeiden. Und wenn du jetzt als Kind ganz oft hörst, das ist böse, was du machst, das darfst du nicht, dann verbindest du damit, ich darf nicht wütend sein. Was dann dazu führt, dass ganz, ganz viele Erwachsene heute durch die Welt laufen und sehr viele Probleme haben im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen. Und nicht wütend sein können oder nicht traurig sein können, sich nicht erlauben zu weinen. Und das sind alles Dinge, die du gelernt hast zu unterdrücken, die aber im Gegenzug total viel Energie kosten, sie unterdrückt zu halten. Weil natürlich hast du diese Gefühle trotzdem. Und dein ganzes Programm läuft dann dagegen und versucht, das aber runterzudrücken, weil das erlaubst du dir nicht mehr. Und wenn du jetzt ein Kind hast, das mit seinen Gefühlen noch total offen umgeht, also laut schreit, wenn es ihm was nicht passt, oder mit allen Armen und Beinen zappelt vor lauter Freude die Arme in die Luft reißt, wenn es sich freut und ja sehr frei mit seinen Gefühlen, mit seinem Ausdruck von Gefühlen ist. Man kann es natürlich dazu führen, dass dir selbst das unangenehm ist. Sowohl zu starke, gute Gefühle, dann sagt man den Kindern, sei nicht so laut, sei etwas ruhiger, komm mal wieder runter. Oder halt auch sehr laute, wütende Gefühle, wo man so Sachen sagt. Oder vielleicht kennst du das auch. Lass das sein, das ist jetzt nicht richtig, was du tust. Oder beruhig dich. Ich erkläre dir das nochmal. Man möchte also seinem Kind sehr schnell aus diesen Gefühlen raushelfen, was aber häufig ein Zeichen dafür ist, dass wir im Umgang mit unseren eigenen Gefühlen, und zwar den Gefühlen, die das Kind gerade hat, uns auch nicht so wohlfühlen. Und in dem Moment spiegelt das Kind oder dein Kind dieses Gefühl und du sagst, oh, ich will das nicht haben, ich halte das nicht aus. Ich finde, dass dieser offene Umgang mit Gefühlen von unseren Kindern ein riesen Geschenk ist, bei uns selbst zu erkennen, wie stehen wir zu diesen Gefühlen. Und ich nehme jetzt mal das Gefühl Traurigkeit. Wenn du über etwas traurig bist. Wie oft haben wir gelernt, dieses Gefühl zu verstecken? Das ist in unserer Gesellschaft ein Gefühl, was nicht so gerne gesehen wird, wenn wir über etwas traurig sind. Und wir haben unterschiedliche Strategien entwickelt. Und Kinder zeigen das genauso, wie wir diese Traurigkeit nicht zeigen. Und das eine ist zum Beispiel Quatsch machen, albern sein, Blödsinn machen. Also das Ganze umlenken in einen Spaß, um nicht zu zeigen, dass das, was gerade passiert ist, uns traurig macht. Oder aber auch zu kanalisieren in Wut. Das ist etwas auch, was gerade Jungs häufig haben. Traurigkeit ist für Jungs oft etwas, was sie nicht zeigen dürfen, nach wie vor noch schwierig ist für viele Jungs. Und Wut ist aber etwas, was anerkannt ist, was kraftvoll ist, was stark ist. Und so verwechseln viele junge Menschen oder junge Männer auch Traurigkeit mit der Wut, die sie dann zeigen und spüren. Das ist ganz, ganz interessant. Und ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich für unsere Kinder, wenn wir sie ihre Emotionen ausleben lassen, zu sagen, ja, du bist jetzt wütend. Und solange das Kind keinem etwas tut, also sich nicht selbst verletzt, nicht verletzt, auf andere losgeht, wo ist das Problem, wütend zu sein? Warum darf ich nicht wütend sein? Oder Traurigkeit, wenn ein Kind weint. Wie oft ist es für uns als Mutter, gerade so in dem Alter, zwei, drei Jahre, wo das Kind dann anfängt zu weinen und wir uns schlecht fühlen, weil das Kind weint, anstatt zu sagen, ja, es hat einen guten Zugang zu seinen Gefühlen. Und das macht es gerade traurig, aber es ist einfach nur ein Gefühl. Es ist gar nichts Bedrohliches. Gefühle sind nicht bedrohlich, sondern Gefühle sind. Und eins kann ich dir schon mal sagen, und das ist auch das, was du deinen Kindern vermitteln kannst, Gefühle kommen und Gefühle gehen. Gefühle sind nichts Konstantes, die so bestehen bleiben. Und wir kommen aus diesem Gefühl nie wieder raus, sondern Gefühle sind ein Kommen und Gehen. Wenn wir sie einfach auch zulassen und uns nicht unnötig reinsteigern oder auch unnötig unterdrücken. Und dieses Unterdrücken ist etwas, was wir mit zunehmendem Alter immer mehr machen, was dann dazu führt, wenn dieses Gefühl sich nicht mehr unterdrücken lässt, dass es uns dann wie so eine Riesenwelle überschwemmt, weil es sich so angestaut hat. Und dein Kind kann halt sehen, dass diese Gefühle völlig in Ordnung sind. Ja, du bist traurig und das ist in Ordnung. Und das, was du machen kannst, ist zu sagen, kann ich irgendwas für dich tun? Brauchst du was? Magst du, dass ich dich in den Arm nehme? Möchtest du, dass ich dich in Ruhe lasse? Und dann einfach dieses Gefühl da sein lassen. Zu sagen, es ist okay. Und es geht vorbei. Und auch wenn das Gefühl jetzt gerade blöd ist für dich, ich weiß, es geht vorbei. Und ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt, grundsätzlich Kindern zu vermitteln, dass das Gefühl, was sie gerade haben, kommt und geht und wir ein Vertrauen in unsere Kinder haben, dass dieses Gefühl etwas ist, womit sie lernen, alleine umzugehen, stärkt unsere Kinder im Umgang mit ihrem Gefühl. Und da ist es häufig so, dass du dich in deinem Umfeld auch nochmal stark positionieren musst, weil andere, also Erwachsene, häufig dieses Gefühl ja nicht aushalten. Und du dein Kind stärken musst oder kannst an dieser Stelle, zu sagen, ja, für manche ist das schwer auszuhalten, wenn man wütend ist. Aber es ist völlig in Ordnung. Und dann ist halt die Frage, was kann ich mit der Wut machen? Und in sozialen Trainings, wenn ich mit Kindern schon mal gearbeitet habe, im Kindergarten oder in der Grundschule, haben wir uns halt überlegt, was kann man mit Wut machen? Und damit in Kontakt bekommen bin ich damals in meinen eigenen Weiterbildungen, als mir halt auch gesagt wurde, du bist der Besitzer deiner Gefühle, dir gehören deine Gefühle, du bestimmst deine Gefühle und du hast Einfluss darauf und nicht umgekehrt. Das fand ich damals sehr, sehr interessant und habe dann auch angefangen, mit meinen eigenen Kindern Dinge auszuprobieren. Und ich erinnere mich so immer an eine Szene, das war im Auto. Morgens um sieben Uhr, oder viertel nach sieben, war ich auf dem Weg zur Kita mit den beiden. Luca war damals acht Jahre alt, Anna vier Jahre, und ich habe die in den Hort und in die Kita gefahren, also in den Kindergarten. Und was machen Kinder morgens um viertel nach sieben hinten auf dem Autorücksitz? Kannst du dir wahrscheinlich denken, wenn man gestresst ist, weil man schon alle Gedanken hat, was bringt der Tag so mit sich, was muss ich noch erledigen? Sie streiten, genau. Auch Pädagogenkinder streiten. Und während die da so rumstritten und nein, das ist aber meins, du musst mir das zurückgeben, nein, ich will das aber auch haben, merkte ich, wie in mir dieses Gefühl von Wut sich im Bauch sammelte und so langsam hochstieg. Bei mir kratzte schon so langsam am Hals, kennst du vielleicht so ein Kloß im Hals. Und ich kurz davor war, mich umzudrehen, zu sagen, jetzt ist aber einfach mal Feierabend, gebt ihr das jetzt zurück und jetzt beruhigt euch mal. Das hätte aber wahrscheinlich gar nicht dazu geführt, dass die aufhören, sondern eher, ja, aber der Luca hat das so gemacht, nein, die Anna hat aber angefangen, kennst du das vielleicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was wäre denn mal ein anderes Verhalten, was könnte ich denn jetzt mal anderes tun, um nicht immer gleich zu reagieren, wenn ich wütend bin und mich nicht immer verantwortlich zu fühlen. Und dann stand ich an einer roten Ampel und hatte damals noch so einen uralten Kadett, so mit Kurbelfenster und ich kurbelte dann ganz schnell an der Ampel das Fenster runter, schmiss so symbolisch was aus dem Fenster heraus und kurbelte mega schnell dieses Fenster wieder hoch und setzte mich gerade hin. Und durch diese übertriebene Aktion und Handlung guckten mich meine beiden Kinder vom Rücksitz an und mein Sohn sagte dann nur, Mama, alles in Ordnung. Und ich sagte, ja, ich habe gerade gemerkt, wie ich wütend wurde, weil ihr hinten gestritten habt und ich wollte diese Wut jetzt nicht haben und deswegen habe ich das Fenster runtergekurbelt, die Wut rausgeschmissen und dann musste ich mich so beeilen, weil die Wut will immer zurückkommen. Die Wut braucht einen Körper und meine Kinder haben sich darüber total kaputt gelacht, wie lustig das aussah. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, was man mit Wut noch so machen kann, dass man auf ihr rumtrampeln kann, dass man sie ins Klo runterspülen kann und haben dann angefangen, immer so lustige Aktionen zu planen, wenn wir spüren, wir werden wütend und was gar nicht war, wir haben uns nicht gestritten und die Kinder haben sich auch nicht gestritten. Und das hat mir gezeigt, wie kraftvoll sowas ist, einfach mal was zu tun, was gerade in dem Moment gar nicht so richtig passt. Und meine Tochter hatte dann irgendwie kurze Zeit später so eine witzige Idee, sie hat sich auch über irgendwas geärgert, ich weiß gar nicht mehr, ob das was war über mich oder über ihren Bruder, auf jeden Fall hat sie sich über etwas geärgert und wir hatten im Flur ein großes Bild hängen, da war eine Kuh drauf und dann stellte sie sich plötzlich vor dieses Bild und rief, du doofe Kuh und musste sich total kaputt lachen, weil sie wollte wahrscheinlich jetzt nicht dem Luca oder mir irgendwie sagen, du doofe Kuh, aber hat dann dieses Bild beschimpft und über diese Sache musste sie so lachen und wir mussten auch so lachen und das hat die ganze Situation entspannt. Und ich finde, es ist total toll, wenn wir unseren Kindern da einfach mal ein neues Vorbild sein können, kreativ zu sein, was kannst du tun. Es gibt ja immer so typische Situationen, die wiederkehren in der Familie, wo deine Kinder dich vielleicht auch mal so richtig nerven und du denkst, boah, nee, das brauche ich jetzt gerade gar nicht, ich bin jetzt müde, ich bin erschöpft und wo wir dann eher genervt und gereizt reagieren und an dem Punkt mal zu überlegen, was könnte ich jetzt verrücktes eigentlich tun, das ist für dich wie auch für deine Kinder eine totale Bereicherung. Da fällt mir gerade noch eine Szene ein, wir hatten da so eine offene Küche und die saßen im Wohnzimmer und dann immer sagten sie, wann ist das Essen fertig? Wann gibt's Essen? Ich hab Hunger, ich will jetzt essen und die ganze Zeit und ich merkte auch wieder so, boah, geht gar nicht. Und dabei habe ich so eine Salatgurke geschnitten und dann habe ich die Salatgurke genommen als Mikrofon und habe dann immer so und hab dann immer so mich unter die Küche und hochgesenkt bei diesem Und die Kinder fanden das total lustig, mussten lachen und hatten vergessen, dass sie immer fragen wollten, wann gibt's denn jetzt Essen? Und dann habe ich das 10, 20 Sekunden gemacht, die haben gelacht, ich habe weitergeschnitten und irgendwann war Essen fertig. Und das ist so einfach manchmal und auch deine Kinder haben so tolle Ideen, was man machen kann. Das ist echt, ja, unglaublich. Und mit vielen Familien, mit denen ich gearbeitet habe, dann kamen dann auch so Szenen, wie das Kind ist vom Essenstisch aufgestanden, wo es sonst nicht immer aufgeregt hätte, ist zum Klo gerannt, hat den Klo-Deklauch gemacht, hat die Wut reingeschmissen, hat abgezogen, ist zum Tisch zurück, atmete tief durch und sagte so, jetzt geht's mir besser. Ja, und das ist einfach großartig. Kinder sind unglaublich dankbar, wenn sie so spielerische Anregungen haben und man das nicht alles ganz so ernst nimmt. Ja, und immer sagt, oh, jetzt bist du wütend, oh Gott, ein Riesendrama und jetzt bist du traurig, ein Riesendrama. Je gelassener wir immer wieder versuchen, mit unseren Gefühlen umzugehen, weil ganz häufig ist gar nichts Schlimmes, es ist gar nichts Bedrohliches. Deinem Gehirn wird suggeriert, jetzt ist ein Notfall da, der Säbelzahntiger steht vor der Tür und greift dich an und du musst jetzt alles geben, zurück angreifen, fliehen oder diese Flucht- oder Angriffsmomente. Und wenn du genauer hinguckst, ist es nur, weil nicht dein dreijähriges Kind, was keinen Bock hat, Zähne zu putzen. Oder dein Kind, was gerade fragt, was gibt's zu essen? Ja und vielleicht konntest du ein bisschen was mitnehmen und ich freue mich mega, wenn du einfach Sachen mal selber ausprobierst und mir ein Feedback gibst auf Facebook, der Mückenelefant, dazu gibt es ja die Seite, die Gruppenseite und mal teilst, was du ausprobiert hast von diesen Ideen oder ob du neue Ideen und Anregungen hast und ja, wie es dir damit ergangen ist und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du mich bewerten würdest, also mit einer Sterne-Rezension, gerne fünf Sterne natürlich, aber das steht dir ja frei und auch einen Kommentar hinterlässt in der Bewertung, warum dir diese Folge so gefallen hat oder der Podcast so gefällt, damit auch andere davon profitieren können und du vielleicht auch diese Folge weiter empfiehlst. Ja, dann wünsche ich dir heute einen lustig entspannten Tag und viele Ideen beim Ausprobieren. Ich bin so gespannt, was du schreibst und wenn du uns teilhaben lässt an deinen Prozessen. Einen schönen Tag und denk immer daran, du bist genau richtig, wie du bist für dein Kind. Du bist eine fantastische Mama, du bist ein fantastischer Papa und du brauchst nichts Besonderes lernen, um wertvoll und wichtig für dein Kind zu sein. Fühl dich umarmt und bis bald. Tschüss, deine Simone. Bis zum nächsten Mal.